Der neue Impfpunkt in der Kaiserstraße 29, ehemals Sport-Selmann, hat ab heute für euch geöffnet. Wann kann ich mich impfen lassen? Also wir impfen Montag bis Samstag, immer von 10 bis 19 Uhr. Welche Impfstoffe gibt es? Hauptsächlich Bayern, Türke, Moderna und dann in naher Zukunft wahrscheinlich auch nur Verwachs. Können auch Kinder geimpft werden? Ja, und zwar immer Mittwochnachmittags von halb 3 bis 19 Uhr und Samstags ganztags. Und da wird auch eine Kinderärztin anwesend sein. Kann ich Fragen stellen, wenn ich unsicher bin? Für das sind wir hier. Wir nehmen uns gern jede Zeit, die Sie brauchen, um irgendwelche Zweifel oder Bedenken, Sie aufzuklären, damit Sie mit einem guten Gefühl sich hinten lassen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.